was ist das schon da sind wir wieder in es ist es geht weiter mit unserem kleinen halloween-special wahaha ich bleibe mich zu blöd an die ist cool ich auch das sind einfach nur Pumpkins Puppies! cool, ja ich werde mich irgendwo in so nem Kürbis verstecken weil der Worten ist wieso haben wir noch die Sniper drin ich hab keine Ahnung Sack hier Einzig wollte ich nur Messer an so anmachen ich bin mit Max hier im Team, das ist blau ist schon nicht schlimm also klar leut niemand benutzt die Sniper ich stehe hier schon angeaimt an euch ja hast du auch Double Movement Speed drin was? Double Movement Speed ja nein 150 hab ich ey Maxi, dein Ernst? ich schieß nicht mit der Sniper, ich benutze sie als Lärnglas nein hast du? ja Double Kill ja ich auch ich drück nur Außersehen ab nein Oh jetzt noch mal ooh na 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 was? ja alter waah drei was? 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 Leute, ich trinke den Rinser. Ja, hab einen. Ich mach den mal. Sorg mich mal hier um die Dekom. Was? Nein! Fuck! Nein! Hey! Wollte ich auch grad machen. Hallo. Ich bin doch hier im Kübis verschwunden. Haben wir wanted kill? Wie viele sind eigentlich drin? Hey Leute, ich join mal rüber. Es ist nämlich 4 gegen 2. Okay, das wär ganz nett. Danke, Maxi. Ah! Ah ja, es wird hier. So, ich hab jetzt schon mal 2 Kürbisse fertig. Na los. Nein! Ja, das hab ich auch grad gedacht. Wir treffen uns einfach. Was? 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 Ich messer dich die ganze Zeit und du stürbst nicht. Was soll der? Ja, Mist! What's up? Hell? Halt! Ja, Double! Triple! Oh, Sniper! Das ist ein Spitsche! Was? Ach, ha, ha, ha! Ach, gezählt. Upsa! Ach, ja, da wollte ich nicht stoppen. Ähm... Ich hab's als Fernlass benutzt. Keine Sniper benutzen, okay. Was? Junge! Hallo! Was? Was? Keine Sniper! Warum hab ich 3 Schläge für dich gebraucht? Hast du keinen Instant-Killer an? Doch, eigentlich normal. Aber ich weiß auch nicht. Kannst auch das Nebenschlagen, wobei angezeigt wird, dass es trifft. Tschüss! Nicht die Sniper, Junge! Uncool! Sniper sind verboten! Ach, Sniper nur so als Fernlass wollen. Ich hab so einen tricky Finger. Ah, ich beherrsche dich. Ich seh dich! Okay, Spaß! Wenn wir das mit Sniper machen, okay, dann mach ich mal! Dann mach ich halt mal! Nein, dann machen wir halt nicht! Dann machen wir nicht, nicht, nicht! Oh, nein! Scheiße, so knapp! So, ich nehm jetzt noch einen Leuchteblock! Was? Es kommt durch! Ich hab schon viel Glitzwehe! Was läuft? Wartet mal! Wartet mal! Wartet mal! Nix machen gerade! Bei mir! Okay! Okay! Ich bleib stehen! Ich mach das! Niemand bewegt sich! Ich sagte, niemand bewegt sich! Ja! So, wir haben jetzt ne Lampe! In der Mitte! Das war's! Bei meinem gefallenen Teamkameraden! Kacke! So, wir haben jetzt Lampen! Das irritiert euch! Was? Daneben! Hey, was irritiert mich? Ich will jetzt nicht! Ne, Lampen! Da! Ah! Auf die Hörklicks! Geht Allah! Ja guck mal, er will mir das Sniper! Pack die Sniper aus! Ich nicht! Okay! Du wolltest nicht alles! Jetzt mit Sniper! Boah! Mann! Bin ich schon mal schlecht! Mit Sniper was? Mit Sniper okay! Junge, hörst du nicht zu? Mit Sniper! Nein! Scheiße! Nein! Ihr wisst, dass das euer Tod ist! Ja! Läuft! Läuft! Ich hab gedacht, ich hab einen Blauen! Ich dachte, ich bin wieder bei Team Grün, weil ich am Anfang... Naja, ihr wisst schon! Ne, versteh ich nicht! Was? Alter! Ich hatte seinen Kopf anvisiert! Ach, das heißt nichts! Okay, ist ein bisschen Halloween! Du, 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 du! Er läuft immer noch mit Besser rum, oder was? Wie es aussieht! Ich versteck mich in meinem Kopf! Was? Kinderkicks, Alter! Deine Ernst! So, Kack-Sniper-Hu! Mhm, find ich auch schrecklich! Du, 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 du! Der ist es ja von allem gewöhnt, dass er immer snipet! Ich bin, ich main! Ey, wo, wo bist du? Was sag ich denn eigentlich? Nein! 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 Ich weiß nicht! Adrod! Ich hab meinen Köbis gerade ausgeübt! Ja, jetzt wohne ich in meinem Köbis! Ja! Was? Oh, ich hab mich mal mehr Munition und aim euch die ganze Zeit an! Was? Alter, wie lang, wie schnell lädst du nach? Ey, genug! Besonders, wo bist du nicht so hoch in die Snipe? Triple Headshot! Was? Ich zieh immer daneben! Das kann doch jetzt! Nein! Schilderkicks, bleibt mal stehen! Aaaah! Stumpi! Was denn? Ja! Ich hab mich auch interessiert, der auf mich zugelaufen ist! Nein! Oh, ich wollt grad abdrücken! Ich hab dir auf die Beine geschossen und so bis hin gefallen! Also die Karte ist schon ziemlich nice! Ja! Es gibt ne... Es gibt Tunnel! Es gibt Tunnel! Es gibt Tunnel! Es gibt Tunnel! Wo? Es gibt Tunnel! Man muss oben rechts reingehen in den Totenkopf! Da gibt's richtig krasse Tunnel! Wo ist hier ein Totenkopf? Oh, und links und links! Ich zieh ihn, ich zieh ihn! Ich zieh ihn, ich zieh ihn! Wo ist C6? Ich habe mal ne Map geh- Oh! Was heißt C6? Habt ihr ne Minimap? Hey ja, auf M! Klick auf M! Ah, okay, danke, danke. Ja, ich hab die ganz normale ausgemacht. Ach da, ja, alle Leute zum Totenschädel, wir machen Untergrund-Battle. Alles klar, ich bin schon längst voll weit gelaufen hier. Ich bin schon ganz unrechtlich. Leute, alle mal in diesen Schädel, wir machen Untergrund-Battle. Okay. Ich würde sagen, wir treffen uns zu unten alle und dann machen wir so circa... Warte, Maxi, warte! Ich wollte sagen, wir treffen uns zu unten alle jeden Sekunden auslaufen, dann geht's los. Also, ich bin schon in den Tunnel-Lotmesser fröhlich vor mich hin. Hallo! Hallo, Stumpi! Die Blauen gehen immer zu dem Schädel zu F2 und die Grünen alle zu F... der B... Ah, es gibt zwei. Ist bei dem anderen auch ein Eingang. Boah, Stumpi, Alter. Ich kann's mir nicht ansehen. Kacke, Kacke, Mann. Muss snipen. Ah, fick dich. Alter, hier unten drunter ist ja richtig krass. Alter, die Mäppen müssen wir nochmal komplett spielen. Nur hier unten. Okay. Oh, hallo, Frutti. Ich dachte gerade, ich muss nicht abknallen. Ich dachte, wir spielen dann nach Hazard. Ja. Von mir aus, ich hab aber noch ein paar Karten. Pass auf nicht, dass der eine um die Ecke kommt. Also, wir können ja mal immer rein abwechseln. Wir müssen ja nicht erst rein spielen. Ja, stimmt. So abwechselt, wenn wir das Messer in den Sniper, wenn wir um die Ecke gehen, nehmen wir jetzt immer ein Messer. Da ist wer. Ich hab's doch nicht gesehen. Okay. Ich dachte, ich kann euch überraschen. Ja, du saßt, hast voll sich grad reinbuddeln da. Ich hab alles gesehen. Äh. Warte, guck, ich guck auf die Minimap. Wir sind bei einem anderen Schädel. Läuft. Hallo. Ich renn mal oben rüber. Los, alle rüber, alle rüber. Go, go, go. Los, 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 los. Und jetzt muss ich aufs Klo. Na, ich halt auf Feinkontakt. Naja, ich hab grad keinen Feinkontakt, ich kann nicht ihn sehen. Hallo. Feinkontakt? Was? Wo? Nirgendwo, ich kann nicht ihn sehen. Hallo. Doch. Oh mein Gott, das schritt mich total. Boah, das sieht richtig geil aus hier. In den Tunneln. Ja. Komm mal in die Tunnel rein. Mit dem roten Licht. Hä, also Worte leuchten. Damit wir nen Weg zurück finden. Ich bin in den Tunneln und such euch. Ja, folge einfach dem roten Licht an. Ich glaub, ich hab mich verwirrt. Verirrt. Boah, das sieht richtig geil aus. Ich hab noch kein rotes Licht gesehen. Fäsch gehabt, wir tun alle Verfolgsleisten mit dem Scheiß. Ein rotes Licht? Oh. Okay, das geht doch. Will ich noch nicht mal in eurer Nähe. Okay, wir gehen da. Okay. Achtung. Wop. Äh. Hier wieder einer auf die Kreuzung. Ah, jetzt. Seid ihr noch da? Seid ihr noch da? Ihr seid noch da. Okay, Max, ihr seht die roten Lichter. Haltet euch bereit. Alles klar. Komm, wir laufen ein bisschen im Kreis und verwirren die damit. Ah, da ist er. Da ist er. Snap'n. Ja, klar. Sehr gut, sehr gut. Okay. Hahaha. Wir stehen im Vordergrund. Wir stehen im Vordergrund. Super. Ich gebe rücken. Ich gebe rücken. Da ist Kinderkicks. Nein. Komm schon. Hier läuft. Ich gebe rücken. Hier waren wir schon. Ja, ich war jetzt schon. Wir liegen nach rechts ab. Nach rechts. Warte, ich wechsle die Farbe, um die zu verwirren. Das macht so weit Sinn, was wir hier machen. Aber mich gar überhaupt nicht. Moment. Ganz vorsichtig. Ist Simon um die Ecke? Nee. Gut. Maxi lebt immer noch. Macht mir Sorgen. Ja. Auf jeden Fall. Ich hab auch jemand. Ich hab auch jemand. Kreuzungslicht. Ja. Er ist rot rechts gegangen. Oh, ich bin weg. Maxi war hinter uns. Maxi ist hinter uns, glaube ich. Maxi war hinter uns. Los, los, los. Ähm. Was sag ich überhaupt? Ich muss jetzt wieder kommen mit Farbe. Ich mach jetzt grüne Strecke. Oh. Oh. Mit einem Kill. Mit einem einzigen Kill. Noch eine Rücke kurz. Unten. Nur unten. Auszeichnung für die Zerstörung. Hast du jetzt noch kein G-Mut? Ja, es macht fast zu Spaß, oder? Wollen wir jetzt G-Mut wechseln? Mh? Hast du noch eine? Ja, ich glaub schon. Okay. Wir müssen aber erst mal aus dem Spiel kommen. Wir können dann auch die eine Map machen, die du noch hast. Dann machen wir Hazard. Ja, wir. Sonst hätte ich jetzt gesagt, nur unten jetzt auf dieser Karte. Was hast du noch für eine Map? Was hast du noch für eine Map? Ja, ähm, ich hab noch, eigentlich noch, ähm, hier, Dead Western. Dann hab ich noch Trick or Treat. Eine Halloween Map. Ja. Scary. Scary Halloween. Haben wir die? Okay. Machen wir mal Scary Halloween. Ich würde eigentlich sagen, Scary Halloween und dann noch Trick or Treat. Trick or Treat. Ist um jetzt egal. Alles klar. Alles klar. Auch nur Messern? Oh ja, mit Zombies, mit Zombies. Machen wir Zombie. Ich will sein. Aber dann deaktivier bitte wieder alles, weil Zombie nur mit Messern ist nicht lustig. Ja, genau. Ja, genau. Ich stell hier mal die Zombies ein. Und alles. Das kann ein bisschen dauern. Oh, ich nehm gar nicht noch auf. Aber ich auch ernst. Ich mach mal ein bisschen Aufnahme und brauch so ein bisschen die Stunner.